Hallo Freunde, was ist bei mir im März 2022 alles passiert? Zuerst habe ich mir im März 2022 drei neue Grundstücke in Simmersbach gekauft für 2450 Euro. Dann habe ich mir acht Grundstücke in der 7. reservieren lassen für 4000 Euro mit einem Notartermin am 4.7.2022. Danach ist leider nicht viel passiert, da ich das Geld momentan sparen muss für die ganzen Grundstückskäufe. Deshalb wir jetzt direkt zu den Dividenden kommen. Dann habe ich ein Gesamtdividende von 364,17 Euro erhalten. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!